WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und hier ist der zweithöchentliche Springer auf der Welt, Iman Zucconi, Emilio Kranz. Iman Zucconi, ein Fake-Crash-Taker aufs Volk gefallen. Also, das war eine harte Langung von oben. Da tut ihm bestimmt richtig, das steigt mal nicht. Aber, der Wunderbundum zum Glück, der ist erreicht, ich bin mir sicher, er steht gleich auf. So viel ist es auf jeden Fall klar. Luki, hast du sowas schon mal gesehen, was der Iman Zucconi da gemacht hat? Was ist denn da passiert? Da ist noch keine Ahnung, der Kartenzügel steigt raus, das ist mir auch schon mal passiert. Aber, normalerweise hätte er es in der Vorgang schon eher loslassen lassen. Ja, das denke ich auch. Aber, ich bin mir sicher, es tut am Anfang ein bisschen sicher, der ist auf das Steißlein gefallen. Da bleibt dann zuerst die Luft weg. Und da oben zum Glück, der Hügel, relativ weit. Und, ich bin mir sicher, ich stehe gleich auf, das sind alles ganz ganz gute Kerle. Ich bin mir sicher, wenn南land falsch war und dann den Training mal da entspannt richtig hoch spielten. Was ist denn die Vorbereitung? Da muss ich hier die Vorbereitung fallen. Da sollte man den Hügel schreifen, warum das ist? Achso, ja, ja. weil die Setup so heftig verletzt. Letzte Woche wieder in den Winter und 25 in Turin hochgesprungen. Hast du noch? Was ist denn mit Ivan? Was ist ein Mist? Ja, das ist nicht einfach, weil er sehr stark ist. Also, es ist technisch. Lukas Reis passt von Bianca Cini niemals zu Fronin. Es geht nicht rum, dass wir noch rau aufbauen. Aber es ist auch schon ein Schaden, oder? Ja, und ich bin dabei, ich bin dabei. Hier hochstehen. Das ist die nächste Seite des Lebens. Auch unseren Applausjahr, Luki Volley! Also, es geht in die Szene, der Seller spielt. Voller Stein, oder? Alles, der funktioniert. Lukas Reis, gerade bei der Bundesrepublik auch dieser sehr sämtliche, anspruchsvolle, fällt auch bei der Bundesrepublik. das stimmt. Und dann kommt der Bock der Korn. So, Ja, und hoffentlich geht das Ganze hier richtig zusammen. Die Steilbohle muss das natürlich mit dem Korn, den Zustierbereich, und Schlau, der Massimo, er macht es richtig. Oben, alle ist dick! Und jetzt, der piedsingerige Liangca-Man-Cola, derller Schlau, den Stamm. Ja! Dann auf den Höhlen des Fischhörs halten wir noch das Rohrabdrecht. Also unsere Stichstücke als Wege 16.000 auf. Erste Höhle. Jetzt machen die die Höhle. Ist das drüber oder was? Ich weiß nicht. Dann nochmal 1.60 Meter rausgezogen. Das heißt, diese beiden Einstiegshöhe von 6.50 Meter. Ich glaube, jeder Bein der Karte hier bleibt noch ein bisschen schlaufen. Das können wir auch noch mal richtig werden. Also, 6.50 Meter Einstiegshöhe. Nächste Zeit der Lukas bei Tiggering. Und die Höhle. Und die Höhle. Die Höhle. Die Höhle. Das sind die Höhle. Die Höhle. Die Höhle. Ich danke. Das spielt auch keine Rolle. Wir wünschen, bei den Höhle, die Höhle, die Höhle machen. Die Höhle. Die Höhle. Erste Sprung. Die Höhle. Das war's für heute. Oh Gott! Ja! Danke! Nicht so! Alles gut! Alles gut! Wir würden ein bisschen was weggeschickt dort vorne im Table Das muss nicht unbedingt sein. Vielleicht geholt sind die losen und wir würden ein bisschen was nur wieder von Citi 60,50 Meter in der ersten Versuch Und jetzt 15 Jahre 6,50 Meter für Luz Ich wollte dir einsacken Jetzt mal wieder Und jetzt mal wieder die beste Schau mal wieder Ich werde mich jetzt besser sehen von Kurban, die du machst in der Mitte der deutschen Mannschaft 6 cm reingehört Luki Weiß Sie werden die Bucke Zwei 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 Die Stattung ist ein Liege! Was ist das, oder was? Was ist das, oder was? Also, der kriegt nicht hier. Aber egal, 680, 786. Ich weiß nicht, wo Luke Ackermann ist. Das ist von oben, wenn man sich das angeschaut. Jetzt hat Massimo der Platz steht. Die Stattel hat hier noch schlecht durch. Also, das sind jetzt Maximo. Selbst ich will, wenn man denkt, ich weiß nicht, aber das kriegen wir uns für alle. Hier ist Massimo. So! 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 Das sieht ganz langsam aus. Vielleicht hat er noch mal ein bisschen am Jahr gerade hochgefunden. Die Stange wird das hinterher ein bisschen geradenfach. In der Mitte ist der Gehörigste. Mal außen kann man die Stange dort reinbringen. Das bringt natürlich auch nichts, wenn ein Krasse hoch wird. Auch die Stangeblattel. Jetzt, was sieht denn? Wenn er die Siebretel aber schon dringt, dann hat er schon ein richtiges Hinter vorgelegt. Aber für Frieden, kein Problem seines Siebretel. Dem Ende des Reichszentrums hat er gewonnen. Wartest du, oder? Ja, ja. Wartest du, oder? Boah. Wunderbar, Mann. Wenn wir die Stange haben, was wir hier noch zu tun haben. Also, gut. Zweiter Versuch. Und trotzdem, dass ich nicht in der Mitte gerade. Vielleicht muss ich da mal einer den Titel geben, dass die Mitte noch wirklich nicht mehr funktioniert. Gut, zweiter Versuch. Gut, zweiter Versuch. Also, mal schauen. Vielleicht können wir unterstützen. Vorher, holen wir das Problem. Und wir haben das Problem. Und wir haben das Problem. Oh, nein. 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 VW- �res. VW- �res. � Again, Jurcki bein. Ok, Jurcki mit's. Jurcki 선�al. Jurcki alles. Jurcki skemmen. Jurcki Fernick her. Jurcki gezogen. 2. Jurcki bin. Jurcki… 2. Chance, Luki weiss, das was er hat. Aber wir sind schon zu Luka. Sieht nicht an welches Heike. Ok, Luki kann man stoppen. 2. Mal bei Sinti Luka. Wer ist denn bei Maxis Heike? Es war schwierig, es war technisch, das Ding ist komplett sofort. Da gibt es gar keine Spur mehr drauf. Höher ging es leider nicht. Wenn wir den Exerciz her vielleicht noch mal mit ein bisschen sich noch richtig anbestimmen. Aber einer ist immer der Gewinner. Und das ist in diesem Fall unser...